Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von Let's Play City Skylines. Ja, und diesmal auch mit Sound. Ich hab da extra grad nochmal nachgeguckt. Ja, es gibt Sound. Endlich. Ich weiß nicht, was im letzten Part da schiefgelaufen ist. Das hatte ich heute Morgen auch nochmal bei, ähm, Pokémon Mystery Dungeon. Da wurde auch anfangs mein Sound nicht aufgenommen. Hab ich zum Glück früh gemerkt, sodass ich die Aufnahme nochmal abbrechen konnte, neu anfangen konnte. Und, ja, ähm, ich weiß nicht, was da gestern schiefgelaufen war. Es war jedenfalls mega Abfuck. Eine Stunde 40 aufgenommen und dann kein Mikrofon-Sound, ey. Ich hab mich so aufgeregt. Ich hab auch den restlichen Tag nicht mehr aufgenommen. Ich wollte den restlichen, ich wollte den kompletten Tag nur aufnehmen. Aber, ja, das hab ich dann gelassen. Und so sieht unsere Stadt momentan aus. Sehr geil, ne? Hier haben wir ein komplettes Wohngebiet. Hier zwischen so ein paar Gewerbegebiete. Ähm, Industriegebiet und so weiter. Hier wollte ich noch ein bisschen Strom mehr hinbauen. Da ist noch eine Müllkippe, genau. Und hier bei uns auch gerade. Haben sie denn alle Strom? Bisher? Ja, weil ich das hier auch noch verbunden hab. Genau, da ist auch noch was. Das muss ich später weghauen. Und so weiter. Richtig. Staffel 2. Wir haben eine neue Stadt gestartet. Keine wirkliche Staffel 2. Ich mach ja... Ich lass die... Ähm... Was ist das? Was ist das für ein Dings? Für ein Haus? Einkaufszentrum. Achso, okay. Ähm... Ich lass ja... Ähm... Die Partnummer normal weiterlaufen. Du beschwerst dich über zu hohe Steuern? Halt die Schnauze. Du beschwerst dich auch zu... Ne. Na, welches Haus ist das denn? Das ist das. Okay. Ähm... Ja. Ich lass das ja normal weiterlaufen. Halt, das ist Paar 9 gestern gewesen. Heute kommt Paar 10. Und so weiter. Also, ganz normal. Aber... Genau, was ist das? Feuerwehrhaus. Wie viel... Wie... Das ist das... Oh, das macht fast die komplette Straße... Okay. Bürogebiete sind... Hier. Und hier ist Gewerbegebiet. Ich glaub, dann hau ich das da hin. Ich muss merken, da hin. Schützt auch fast die komplette Stadt hier. Also, den kompletten Teil. Hau ich da hin. So. Ähm... Ja. Normal weiterführen werde ich das alles. Ein Krankenhaus haben wir auch noch irgendwie... Oh, der hat keinen Strom. Stimmt. Scheiße. Wie mach ich das? Ähm... Da müssen wir warten, bis was eingezogen ist, würde ich sagen, ne? Ich will hier ungern was hinhauen. Wohl. Hauen wir erst mal das hier hin. Können wir ja später alles wieder wegmachen. Alles kein Ding. Was hat er für Probleme? Nicht genügend gebildete Arbeiter. Ja, wir haben auch noch nicht wirklich viel hier... An Menschen. Also, von daher ist alles okay. Aber wir kriegen echt gut Kohle. Das ist sehr geil. Als nächstes bauen wir erst mal ein Polizeihauptquartier. Und das bauen wir... Wo bauen wir das hin? Ich würde sagen, hier. Hier irgendwie, genau. Auf die Straße. Hier irgendwie. Ja, doch da. Ähm... Ja. Warum neue Staffel? Ich war mit der alten Stadt nicht zufrieden. Definitiv nicht. Kein bisschen. Deswegen... Habe ich mir gedacht... Oh, was hat er denn? Kein Platz mehr. Oh, lol. Mülldeblinie ausladen. 13. Und 67. Dann müssen wir das auch nochmal schnell machen. Was ist mit dem? Kohlekraftwerk. Bist die Verschmutzung dann hoch wahrscheinlich, ne? Egal. Ähm... Der hat doch Strom. Oder? Der hat doch Strom. Ich weiß gar nicht, was er für Probleme hat. Die haben nicht genug gebildete Arbeiter, ne? Richtig. Und was ist sein Problem? Nicht genug Kunden. Ja, wir müssen halt warten, bis hier mehr eingezogen sind. Du hast Strom. Danke. Du da hinten hast auch Strom. Ja. Ähm... Ich war halt null zufrieden mit meiner Stadt. Weil alles auch nicht so strukturiert und so war. Alles ein bisschen dumm gebaut. Und, ähm... Wir hatten halt überall diese... Dings hier stehen, die Strommasten. Strommasten, das war halt nicht nötig. Wir brauchen keine Strommasten. Die müssen einfach nur Haus an Haus angeknüpft sein. Dann ist auch alles okay. Dann workt auch alles. Deswegen. Ähm... Was war noch? Was hatten wir denn noch? Ich hatte die Cam unten links. Das war dumm. Weil ihr da mehr seht als hier. Was hatte ich denn noch? Ich hab ne Liste bekommen von nem Kumpel. Was ich alles falsch mache. Oder was ich besser machen könnte. Du bist scheiße. Du machst das und das falsch. Ähm... Genau. Windturbinen machen zu viel Lärm. Ich hatte die ja überall stehen, wo halt Wohngebiet war. Und das war halt ein bisschen dumm. Jetzt hab ich sie hier zum Beispiel. Hab ich hier unten welche stehen. Und hier oben hab ich die ganzen Energie... Also Stromsachen stehen. Dann noch... Facecam mehr Licht. Ja, ist okay. Genau. Und dann mit dem Einzugsbereich... Genau. Wenn wir hier jetzt... Ähm... Irgendwas hinplänen. Würden. Das ist Krankenhaus. Nein, das will ich nicht. Ich wollte das bauen. Ähm... Dann wird die Straße ja grün. Und das ist der ganze Bereich, der abgedeckt wird. Von diesem Krankenhaus. Oder von dieser Polizeistation. Etc. Das... Deswegen müssen wir nicht überall irgendwie was hinmachen. Wir müssen halt nur gucken, wo ist wenig grüne Straße. Und da müssen wir dann was hinbauen. Das hab ich da hinten auch gut geregelt in der Stadt. Ähm... Genau. Die Produktionsmenge steht bei den Windturbinen und so. Hier zum Beispiel 8 bis zu 8 MW. Hier bis zu 120 MW. Das Ölkraftwerk. Was haben wir da eigentlich stehen? Was ist das? Das ist Ölkraftwerk, ne? Ne, Kohlekraftwerk. Da können wir nochmal ein Ölkraftwerk irgendwie hinauen später. Äh... Stromproduktion oben im Industriegebiet. Genau. Weil das stört's halt keinen. Müssen nicht überall Strom hinmachen. Macht ja auch Sinn. Neues Land kaufen können wir jetzt auch nochmal. Okay. Ähm... Der Verkehr hat sich bei manchen Straßen gestaut. Und... Mehr Parks und mehr Spielplätze bauen. Alles klar. Das war's halt so. Das hab ich halt auch alles geändert. Wir müssen jetzt halt warten, bis hier mehr eingezogen ist. Strom. Die haben Strom auch von da. Das heißt, ich könnte das hier eigentlich wieder abreißen, oder? Ja. Ja, die haben alle eine Stromversorgung. Alles klar. Die auch. Wir müssen halt warten, bis hier irgendwie im Industriegebiet was eingezogen ist. Oh! Hier könnte ich nochmal mehr hinmachen, damit hier auch wer was einzieht. Und... Dann können wir später alles erweitern. Warte mal, welches Land haben wir? Ja, wir haben hier unten noch das ganze Land zur Verfügung. Alles klar. Und ich hab nämlich überlegt, hier, hier, hier und hier und hier und hier und hier bauen wir halt die komplette Großstadt auf. Und hier halt nur diese paar kleinen Stadtteile, sag ich mal. Und in die Großstadt bauen wir halt auch nur die ganzen großen Sachen hier. Polizeistation, Polizeihauptquartier meine ich jetzt. Feuerwehrhauptquartier etc. Hier zum Beispiel macht das wenig Sinn. Warte mal, was haben wir? Hier haben wir auch... Ach, hier wollte ich das eh hinbauen. Hier, ne? Nicht, dass ich das jetzt also weiter oben hinbauen würde. Also sind nur die da unten nicht ganz gut abgedeckt. Habe ich vielleicht... Hier habe ich noch Gewerbegebiet. Wenn ich das hier hinbauen würde. Oder hier hin. Wenn ich das hier hinten hinbauen würde, wäre das da oben nicht abgedeckt. Ich glaube, ich baue das hier an die Ecke. Oder hier an die Ecke. Ist ja nur oben links dann nicht. Das heißt, da oben könnten wir dann noch eine kleine Polizeistation hinbauen. Zack. Supergeil. Ein Krankenhaus. Bauen wir dann auch noch irgendwo hin. Neues Gebäude. Was haben wir denn hier? Ja, Universität. Genau, die Universität kommt auch hier hin. Hier haben wir die ganzen Oberschulen, Grundschulen und so alles hingebaut. Das passt alles ganz super. Wird alles recht gut abgedeckt. Hier im Industriegebiet muss das ja nicht sein. Ne Universität bauen wir auch irgendwie hier hin. Zu den Bürogebäuden am besten. Irgendwie. Wo hier, 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 hier passt es ganz gut. Hier bauen wir Universitäten. Würde ich jetzt mal sagen. Hier. Kostet 75.000. Wir kriegen halt auch echt ganz gut Geld. Ich könnte auch mal die Steuern von dem Gebiet hier erhöhen. Machen wir mal auf 11. Machen wir auch mal auf 11. Das können wir später, glaube ich, noch höher ziehen als eigentlich das Normale. Weil hier haben wir auf 13. 13 ist eine gute Sache. Und auf 11 und so ist, glaube ich, auch okay. Erstmal. Bei denen hier. Weil hier noch nicht so viel los ist. Obwohl, das ist eigentlich, hier hat es schon richtig gut zugenommen. Strom ist auch ganz gut da. Das heißt, ja gut, wir können hier das auch abreißen. Das hier weg. Und die hier können wir halt abreißen. Weil die halt auch von hier Strom bekommen. Und dann würde ich sagen, bauen wir gleich erstmal ein Kohlekraftwerk. Äh, Ölkraftwerk, oder? Ich bin mir nicht sicher. Hier im Industriegebiet zieht halt nichts ein. Warum nicht? Warum ist im Industriegebiet gar nichts? Ist ja ein bisschen doof, ne? Ist echt ein bisschen doof. Aber naja. Wegen den Steuern beschwert sich nichts. Wegen dem Müll. Genau, wir könnten nochmal eine Mülldeponie bauen. Mülldeponie kommt. Wenn wir die jetzt hier hinbauen. Aber Mülldeponie ist eigentlich ganz gut dabei. Wir könnten die hier oben hinbauen. Ah, Großstadt. Cool. Krematorium und Wasseraufbereitungsanlage. Alles klar. Wo haben wir denn... Ich muss die... Ich muss die... Ich glaube, ich baue die hier oben hin. Hier. Ist halt auch dumm, ne? Irgendwie. Wenn ich hier hinbaue oder so, dann ist alles abgedeckt. Dann baue ich die hier hin. Zack. Und eine Müllverbrennungsanlage. Und dann bauen wir kurz eine Straße. Von hier nach... dort. Und machen noch Industriegebiet. Hier draus. Ist gerade hier Nebel überall? Ja, es ist neblig gerade, ne? Ist ja doof. Dann bauen wir noch eine Müllverbrennungsanlage. Hier hin. Super. Da ist ein verlassenes Haus. Die Häuser werden... Oh Mann. Warum verlassen hier denn jetzt wieder alle Häuser? Der beschwert sich wegen dem Müll. Genau. Was haben wir hier? Ja, Müll. Achso. Ja, ähm. Was wollte ich denn bauen? Ich wollte ein Krankenhaus bauen, ne? Krankenhaus. Wo bauen wir das denn hin? Bauen wir das hier oben hin? Wir wollten erstmal eine Universität bauen. Scheiße, stimmt. Haben wir auch gleich das Geld für. Wo wollte ich die hier hin bauen? Da oben. Hier so. Dort. Dann können wir gucken, wie weit das hier alles abgedeckt wird. Ja, alles klar. Ich werde zugespampt. Ach komm. Gleich haben wir das Geld zusammen. Ich könnte ja mal vorspulen. Wollte ich die da hin bauen? Fuck. Schon hier. Genau da. Hier. Wird auch alles abgedeckt. Super geil. Sehr geil. Schöne Sache. Schöne, schöne Sache. Gut. Dann machen wir als nächstes das Krankenhaus, würde ich sagen. Oh, was haben wir hier? Ach ja. Krematorium. Moderne Entsorgung der Verstorbenen erfolgt mit Hilfe von Wärmeenergie. Zufälligerweise spart das auch Platz. Ja. Ja. Ich glaube, das bauen wir auch hin. Verschmutzung ist nicht und Lärmbelästigung ist auch nicht da. Das heißt, wir können das... Oh, wie süß das ist. Sollten wir das neben den Friedhof bauen? Ja, wir bauen einen Friedhof irgendwie hier unten hin, glaube ich. Friedhof kostet 8000. Wir brauchen noch einen neuen Namen übrigens. Genau. Das hatte ich auch noch im letzten Part angesprochen. Aber, ja, hier finden die die Steuern zu hoch. Aber egal. So, was denn unser nächstes ist? Ach, war es das schon? Ne, 15.000 brauchen wir für ein Solarkraftwerk. Uh. Und ein drittes Darlehen schalten wir dann frei. Errungenschaften haben wir auch noch. Erstellen Sie mit dem Objekt-Editor Ihr eigenes Objekt. Okay. Stellen Sie eine Karte. Schauen Sie sich sämtliche Infoansichten an. Ne. Das mache ich doch nie. Stadtviertelwerkzeug. Stimmt. Stadtviertel müssen wir auch noch irgendwann machen. Kann ich das irgendwie... alles abdecken? Ne. Dann bauen wir hier unten einen Friedhof hin. Und hier oben auch nochmal einen. Würde ich sagen. Ja, das passt dann ganz gut. Das passt dann ganz gut. Sie haben... Sie haben... Haben Sie Ihren Geldbeutel verloren? Ich habe einen schwarzen... Oh. Ja, das sind ja nette soziale Menschen hier, ne? Muss ich ja schon sagen. So. Zwei Friedhöfe reicht. Zack. Und... Ein Haus hier. Weg. Hier hinten ist auch noch eins verlassen. Das können wir auch wegmachen. Der findet die Steuern zu hoch. Halt die Schnauze. Genauso wie die U. Gebäude nicht leert. Was? Nein. Ach. Weg. Auf. Gebäude leert sich. Ja. Und das hier? Gebäude leert sich. Achso, alles klar. Gut. Der da hinten findet die Steuern auch zu hoch. Weg. Weiß ich nicht noch. Da ist ein verlassenes Haus. Genau. Weg. Findest die Steuern zu hoch. Zieh aus. Zieh aus. Du ziehst auch aus. Die Steuern sind nicht zu hoch. Eindeutig nicht. Verlassenes Häuschen. Zack. Und zack. Ups. Zack. Okay. Ähm. Was wollte ich bauen? Ich wollte ein Sanatorium bauen. Äh, Krematorium. Sanatorium? Krematorium. Das kann auch perfekt hier neben. Das ist super. Hier in der Mitte werden die... Friedhöfe gar nicht. Oh, verdammt. Muss ich hier nochmal einen hinbauen. Ja, komm. Alles klar. Ist okay. So, Feuerwehr kommt fast überall hin. Müssen wir nochmal eine kleine Feuerwehr irgendwie hier oben am besten hinbauen. Schätze ich mal. So, hier hin. Würde ich mal sagen. Ja. Doch, doch. Doch, doch. Ich würde sagen, wir erhöhen mal hier die Steuern auf zwölf. Siedelt sich hier im Industriegebiet jetzt eigentlich irgendwas an? Nein, hier ist nichts. Warum ist hier nichts? Das ist ein bisschen doof. Bisschen sehr, sehr doof. Aber egal. Äh, ich wollte Feuerwehr bauen. Genau. Hier hin. Warte mal. Und deckt das das da unten trotzdem nicht ab. Ist das nicht das hier im Bau? Da ist schon er. Dann bauen wir es da hin. Alles klar. Äh, Polizei ist aber alles abgedeckt. Außer da oben. Bauen wir irgendwie hier an die Ecke nochmal eine. Aber als nächstes wirklich erstmal. Universität. Haben genug Platz. Alles fresh. Wir können uns jetzt erstmal um den Transport kümmern. Ein Busdepot können wir uns bauen. Ich würde sagen, mitten in die... Oh, warte mal. Oder? Lärmbelästigung 50. Ja, dann müssen wir das... Das Busdepot schickt automatisch Busse. So, das können wir hier hinten hinbauen. Hier ist ja auch keine Lärmbelästigung oder so. Dann ist das alles fresh. Und hier können wir auch nochmal... Wo ist das Industriegebiet? Hier überall. Da oben. Könnten wir sogar hier hinbauen. Würde eigentlich... Oder hier. Hier macht das, glaube ich, noch mehr Sinn, oder? Passt das denn? Ne, das passt hier gar nicht. Aber hier können wir es dann hinbauen. Und bauen wir es hier hin. Hier neben die Anlage. Reißen wir zwar ein Gebäude ab, aber egal. Warten wir jetzt auf die 30.000. Und da müssen wir auch noch Busstationen hinbauen. Irgendwie. Ach, Mensch. Ich glaube, ich nehme hier nochmal ein Darlehen. Darlehen. Das müssen wir noch abbezahlen. Stimmt. Nehmen wir uns mal das 20.000-Darlehen. Und... Damit wir es erstmal haben, wisst ihr? Damit wir es erstmal haben. Hier hinbauen das Busdepot. Jetzt können wir nämlich auch Bushäuschen bauen. Platzieren Sie Bushaltestellen. Oh, ist das klein. Ist das süß. Ach so. Okay. Ah, okay. Jetzt muss ich das aber... Oh, joi, joi. Dann würde ich sagen, hauen wir... Oh, wir müssen eine neue Linie... Oh, mein Gott. Das ist Zug und das ist U-Bahn. Gibt es hier nicht auch Taxi? Taxi gab es doch auch irgendwie. Egal. Was haben wir eigentlich in den einzigartigen Gebäuden? Freundlicher Stadtpark. Den können die hier hinten mal gebrauchen, oder? Kostet 20.000. Ich glaube, ich baue den hier hin. Hier passt der perfekt hin. Freundlicher Stadtpark. Alles gut. Was haben wir hier? Quelle von Leben und Tod. Bauen wir da hinten, glaube ich, hin. Das ist Gerichtsgebäude. Das wollen wir auch noch hier hinbauen, genau. In diese Stadt... In diesen Stadtteil. So, hier... Expo-Center. Fachmessen und Konferenzen. Ah. Aber Lärm ist echt hoch. Und hier haben wir noch ein Stadion. Das wollten wir auch noch hier hinbauen. Irgendwo, wo es aber nicht stört. Ähm... Genau. Erstmal Bus. Ich war der Meinung, es gab auch Taxi. Taxistände. Erstmal eine Buslinie. Auf jeden Fall... Hier. Achso. Eine Linie von dort nach... Nein, ich will bitte, dass der genau da lang fährt. Äh, wo hält er denn? Ich würde sagen... Hier hält er nochmal. Dann hält er... Hier. Dann einmal bis... Hier hinten durch. Und jetzt einfach nur in Schlangenlinien so gesehen. Ähm, bis... Hier. Und bis... Nee. Ich will es bitte auf dieser Seite haben. Genau. Dann fährt er hier lang und hält... Hier? Ich krieg das schon irgendwie hin. Hier noch einmal. Dann bitte... Ich glaube, ich versetze die Haltestellen halt komplett scheiße. Aber egal. Zack. Zack. Ich will doch wirklich alle hier irgendwie... Irgendwo lang kommen, wohin sie wollen. So. Dann müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal... Oh, warte mal. Müssen wir das einmal hier lang führen. Bis dahin. Und bis hier hin. Hier ist ja kein... Achso, doch. Da ist noch Weg. Okay, Moment. Bis... Hier. Dann noch einmal lang bis... Hier. Hier hin. Okay, wenn wir hier gleich fertig sind... Wir haben auf jeden Fall... Oh, Geld kriegen wir gerade schön. Schön viel. Dann soll er hier nochmal halten und... Hier halten. Obwohl... Ja, doch. Ist okay. Da kommt keine Haltestelle hin. Dann bauen wir das erstmal noch bis... Hier weiter. Dann bis... Hier oben. Dann einmal lang bis hier. Können wir hier nicht irgendwo eine Straße, die noch durch wird? Ja, hier oben, ne? Ne. Doch. Da. Dann einmal... Hier hin. Dann... Von dort aus, denn... Irgendwie bis hier. Warte mal. Wo führt der jetzt lang? Ne, bis... Irgendwie bis hier oder so. Soll der einmal fahren. Ja, hier ist okay. Dann hier. 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 Und... Linie abschließen. Super. Ich bin...